Jetzt sind wir in der tiefsten Provinz. Smildrescher. Aber cool, ich rufe den voll. Das ist echt super oben. Das ist echt cool. Was immer das für eine Kaffeestunde. Das haben wir gut gemacht. Wir sind richtig. Das ist ein cooler Wald. Große, hohe Bäume. Wahnsinn. Und jeder Baum. Ja. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wir sind voll da rauf. Eine halbe Stunde. Das sind 10 Minuten. Das ist schon verrückt. 10 Minuten. So, wir haben es geschafft. Und jetzt ist... 3 Uhr! Am Nachmittag. Nein, es ist 3. 6 Stunden! Das ist ja nicht zu sein, oder? 6 Stunden!